Rainbow Six. Das lädt immer noch. Ey, ich hab die Schnauze voll. Wisst du was? Okay. Ja, willkommen bei Rage Mode Activated. Da bin ich mal wieder. Andere Channel. Alles neu. Trotzdem noch tierisch, tierisch angepisst. Interessanterweise um das selbe Thema. Ubisoft verkackt mal wieder ein Spiel, was echt viel Potenzial hätte. Rainbow Six. Grandiose Serie. Ey, die alten Hochspiel. Was soll man dazu sagen? Das war grandios, war das Teil. Alle Möglichkeiten. Was kommt jetzt raus? Rainbow Six Siege. Am 1. Dezember schon. Nicht nur, dass die Beta-Keys nicht funktionieren. Die ganzen von Amazon, Saturn etc. Die werden einfach nicht in die Beta eingeladen. Draufgeschissen. Ich hab das Glück, dass ich dieses Debakel an Programmierkunst tatsächlich noch ausprobieren darf. Aber es ist eine Frechheit. Oh, der Netcode. Battlefield 4 Netcode. Ich muss dich loben. Bei Release. Du warst so großartig. Was? Ja, im Vergleich zu diesem Scheißdreck. Das kann nicht sein. Also, man fragt sich, sind die Hitboxen ungefähr so groß wie CSGO-Release-Zeiten? Also, ein rechteckiges Riesenteil. Das scheint sich aber nicht so ganz zu bestätigen. Weil der Netcode ist so stellenweise so beschissen. Ich komm mir vor, als würde ich das schlimmste Free-to-Play-Spiel spielen. Mit dem übelsten Matchmaking. Macht das auf der Welt so, finde ich. Man kann es. Man kann es manchmal nicht glauben. Ey, ich will nicht grundlegend Scheiße hier drüber sagen. Ey, es kann auch mal funktionieren. Meistens sind dann die Runden, die funktionieren, sind dann meistens relativ schnell vorbei. Weil die Leute sich im eigenen Team selbst killen. Oder, oh, 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 mein liebster Bug schlechthin. Wenn jemand das Spiel verlässt und er war der Host für den Chat. Weil der Chat läuft tatsächlich über Peer-to-Peer, nicht über Dedicated-Server. Dann bleibt dein Team einfach mit einer Meldung, Host wird migriert, einfach stehen. Das gegnerische Team kann sich auch noch frei bewegen und alle abknallen. Weil die Deppen können sich ja nicht mehr bewegen. Ist das nicht eine super Idee für einen Multiplayer-Titel? Gestern Abend, es war Freitagabend, das sollte man eigentlich meinen. Da geht tierisch was runter, es sind viele Leute unterwegs. Ich habe 20 bis 25 Minuten überhaupt überhaupt ein Spiel zustande bekommen. Dabei waren dann fünf Abbrüche und Abstürze drin. Ich kam in ein Spiel, in dem das Spiel einfach nicht startete. Die Zeit geht runter und der Bildschirm war und dann konnte ich wunderschön chatten und sich darüber aufregen. Es ist unter aller Sau. Dieses Game hat mega Potenzial und sie verkacken es in der ersten Alpha, sie verkacken es in dieser Beta. Und sie haben jetzt nur Zeit bis zum ersten fucking Dezember, um dieses Game nicht als absolutes Software-Scheißstück rauszubringen. Dass es vielleicht lauffähig ist. Wir wissen ganz genau wie das heute aussieht in den Multiplayer-Games. Das Ding kommt raus, es ist verbuggt wie die Hölle und einen Monat später ist das Game tot. Da brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken drum machen. Sie haben keine Zeit mehr das Spiel nach Release zu fixen. Das Spiel muss rauskommen und funktionieren. Wenn das es nicht tut, ist das bei den Multiplayer-Shootern ein einfaches Todesurteil. Ob die Leute AFK sind oder aus dem dringenden Welt, es ist absolut nicht rund. Und das Schlimme ist, das wirklich wirklich schlimm ist, dieses Scheiß-Game hätte tatsächlich das Potenzial. Es wäre innovativ, es wäre genial und es macht wirklich wirklich Spaß in diesen kurzen Momenten, in denen das Spiel tatsächlich mal funktioniert. Nehmt euch einfach die Zeit, dass dieses Spiel wirklich noch funktionell rauskommt. Was soll diese Scheiße? Nein, okay. Mit Rainbow Six genug Rage-Modes für heute. Sonst kriege ich noch ein Magengeschwür. So eine Scheiße. Okay, Shape. Scheiß drauf.